30 Minuten Sport pro Tag reichen bereits aus, um eine Ausschüttung von Hormonen zu bewirken, die sich auf die Wiederherstellung von Zellen auswirkt. Diese Ausschüttung von Hormonen wirkt wie ein natürliches Aufbaumittel für alle Zellen im Körper und erhöht die Effizienz und Produktivität. Studien haben gezeigt, dass einige dieser Wachstumsfaktoren bzw. Hormone neue Zellen wachsen lassen, Defekte ausgleichen und unsere Kräfte wiederherstellen. Auch hat man festgestellt, dass körperliche Betätigung ein Wachstumshormon freisetzt, das sogar neue Zellen im Gehirn entstehen lässt.